Guten Abend, liebes Publikum. Ich versuche mein Konzert heute selber zu unternehmen. Das war ein ganz passendes Stück zur heutigen Zeit. Es ist Pascarale von Carelli aus dem Weihnachtenkonzert. Und nun kommt wieder etwas Weihandliches. Und zwar habe ich im Köln der Universität mal extra Wasserweihandliches besucht. Ziemlich lang und dann in einem ganz alten Morgen, habe ich eine schöne Zusammenstellung gefunden. Nur eine Reihe von Variationen. Dann bekommen drei Unisten. Wir fangen weiter. Der Name ist Sebastian Bach und Max Reiger. Eine ungewöhnliche Zusammenstellung, habe ich aber nicht selber gemacht. Das war schon so. Obwohl die Unterrichtung fast seit 100 Jahren, der hat sich mit Bach und Reiger. Ja. Also ein Thema mit vier Variationen von Himmelformen. Redaktion. Ziemlich. 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 Amen. 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 Amen.